3, 2, 1, willkommen zurück bei Spellforce 3. In der letzten Folge sind wir mal wieder gescheitert. Ich habe jetzt einen Spielstand mehr rausgesucht, wo wir relativ weit am Anfang noch waren. So, wo sind wir jetzt hier? Genau. Dann schauen wir mal, können wir noch jemanden wiederbeleben? So, können wir einen Wachtturm bauen? Würde ich gerne hier so platzieren. Das mal ganz kurz an. Schauen, wie sieht es hier unten aus. Irgendwo hatte ich Holz gehabt, Sägewerk. Gottstein brauche ich nicht, so. Kommt da. Machen wir auch mal noch einen Wachtturm. Hier hin. Gearbeitet, wobei kommt einer weniger. Sägewerk. Warum sind hier so wenig Grenzposten? Wir benötigen mehr Holz. Puh, 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 Puh. Hätten wir hier unten noch was über? Zack. Ähm. Dann hier gibt es Essen. Fischerhütte. Wir werden angegriffen. Leute, arbeitet, äh, schießt. Ja. Wir werden angegriffen. Die Hörers Atem. Das war knapp. So, und jetzt hoch. Bauernhof Heinen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Möchte ich dennoch mit der 1 hier hin. Einen weiteren Wachtturm bauen wir mal. Sei das, der Fantasie. Hier hin. Alle sammeln. Eins. Bau abgeschlossen. Ui, ui, ui. Na schön. Gott, dann laufen wir mal hier rüber. Kurz schauen, ob wir... Wir benötigen mehr Holz. Oh, ist Heiligtum. Keine Ahnung. Unsere Kornspeicher sind fast leer. Wir brauchen mehr Nahrung. Ja, bekommt ihr. Irgendwann. So, Segewerk. Grenzposten. Dachturm. Scheiße, 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 scheiße. Komm. Jagdhütte, Fischern. Zwei. Bauernhof. So. Eins. Schauen wir mal, was hier geht. Die Abscheulichkeiten haben kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Ich weine ein andermal. Das ist ein guter Ort. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Wachtürme hier bringen so gut wie gar nichts. Bauernhof heim. Komm. Einer weg aus den Heim. Dafür. Einer hier rüber. Noch einer dahin. Sägewerk Wir waren hier Schauen wir mal unten durch Habe verstanden Sieht aus wie ein altes Lager der königlichen Armee Was die Krone wohl hier gewollt hat Gute Frage So schnell geht das nicht So komm Haut den auch zusammen Ein guter Flank Haben wir dafür nicht Arbeiter Der Außenposten wurde errichtet Unsere Grenzen haben sich erweitert Na sieh mal einer an Das ist auch noch ein bisschen was Alles neben Das gibt's doch nicht Das gibt's nicht Jetzt schon Natürlich Diese Fixer Wir werden angegriffen Macht euch bereit Ein guter Flank Der Außenposten wurde errichtet Unsere Grenzen haben sich erweitert So rüber Wir benötigen mehr Holz Nein Nicht dahin So Ja Krass wie wir mit dem Holz Im Miner sind Überlass das mir Na dann Kein Problem So Holen wir uns auch Bau abgeschlossen Schauen wir uns das mal an Nein Ihr geht hier unten durch Oh Scheiße 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 Was sind das für Typen Mit den legen wir uns erst mal noch nicht an Gehen wir mal hier Rüber Bau abgeschlossen Sie werden brennen Sie werden brennen Sie werden brennen Alles neben Von wo werden wir angegriffen Wow Okay Jetzt gibt's Ärger So Schnell Ich will diese elfische Siedlung noch haben Ein altes Lager Sieht elfisch aus Finan mir Moment Das speichere ich direkt mal Schaut Gut Aus Speichern Ich wusste gar nicht, dass die Finan mir sich für hybernische Ruinen interessieren Der Außenposten wurde errichtet Unsere Grenzen haben sich erweitert Sägewerk Komm Das sind Bären Das sind Bären Bau abgeschlossen Gucken wir mal Wo es hierhin noch geht Macht euch weit Wir werden angegriffen Ja, es war ein Nein. Mal kurz heilen. Dann gehts weiter hier. Dann ist jetzt der grüne Schleier weg. Okay, dann gehts mal weiter hier lang. So. Wer kommt da? Das sind die Ochs. Bau abgeschlossen. Jämmerlich. Agur, wir haben einen Sektor verloren. Egal. Das wird schnell vorüber sein. Wir versuchen einfach mal drüber zu raschen hier. Gut. Seid ihr euch sicher? Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ah. Bitte? Und... Die Bär ist weg. Passt, passt, passt. Das ist der Wichser. Agur, wir haben einen Sektor verloren. Und weiter, weiter, weiter. Kinderspiel. Ihr habt euch die falschen Feinde gewählt. Wir werden angegriffen. Sie werden brechen. Sicher doch. Das wird schnell vorüber sein. Sie werden fallen. In Ordnung. So. Und wieder hoch. Ja. Das ist ein guter Ort. Bau abgeschlossen. Endlich. Gehen wir zurück hier. Ah. Das Ganze hin und her gerinnen. Ja. Das ist ein guter Ort. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Seid ihr euch sicher? Sicher doch. Guter Plan. Da langsam. Gut. Unsere Gelehrten haben eine neue Technologie entwickelt. Was denn? Rückentragen. Gehen wir es an. Gehen wir es an. Stop. Na dann. Nasche. Nasche. Ab, wab, wab. Ablos. Gestürzt euch drauf. So. Versuchen wir das mal schnell zur Minna zu machen. Aaaaaah. Verdammt. Guter Plan. Ok, der rennt weg. Ich weiß nicht, ob die den durch Opferung gerufen haben. So.